schön dass du da bist freue mich dass wir gemeinsam in die achtsame pause starten können und dann darfst du dich direkt in eine aufrechte sitzposition begeben die augen gerne schließen und anfangen tiefe bewusste atemzüge in den bauch zu nehmen spüre in deinen körper und in deinen geist hinein wahr wie es dir in diesem moment geht die qualität deines gemüts zustandes war ohne das unbedingt labeln zu müssen bewerten zu müssen schärfe deine wahrnehmung sehr fein m 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 sodass sich die Handflächen berühren. Es muss gar nicht intensiv sein, sondern es kann sein, dass Sie sich aber nur so ganz sanft berühren. Fang an, die Hände langsam ein ganz klein wenig hin und her zu bewegen, sodass du die Rillen deiner Fingerkuppen vielleicht auch die Beschaffenheit deiner Handflächen jeweils spüren kannst und ganz genau wahrnehmen kannst. Das ist ganz langsam, ganz bewusst. Jede Feinheit ist der Taiva. Bewege die Hände nicht mehr, lass sie aufeinander. Dann bring sie ganz langsam etwas auseinander. Nur so weit, dass du die jeweils gegenüberliegende Hand trotzdem noch spüren kannst. Vielleicht bei dir schon hier Schluss. Vielleicht kannst du noch weitergehen. Die Hände noch ein bisschen mehr voneinander entfernen. und trotzdem noch wahrnehmen. Und trotzdem noch wahrnehmen. Bleib dann dort, wo du sie trotzdem noch wahrnehmen kannst. Beobachte. Die Hände ganz langsam nach unten. Leg sie in den Schoß oder auf deine Oberschenkelknie. Fang an, die Atmung etwas zu intensivieren, tiefer in den Bauch zu atmen. Schick die Luft ganz bewusst. in den Bauch, sodass sich die Bauchdecke hebt und sinkt. und bin ganz langsam nach unten. Atmung etwas dents ! Und dann wollen wir noch ein bisschen mehr ins Fühlen reinkommen. Dafür wollen wir jetzt nicht unsere Hände nutzen, sondern einfach fühlen, dass wir unsere Oberfläche, unsere Haut wahrnehmen können. Wir machen dafür wie so einen Bodyscan, fahren unseren Körper ab, von oben. Wir fangen an der Kopfkrone an. Wenn seine Kopfkrone ganz bewusst war, der höchste Punkt deines Körpers. Erweitere diesen Punkt, diesen Kreis, Stück für Stück können wir mehr und mehr deiner Kopfhaut wahr. fahre gedanklich deinen Kopf Stück für Stück ab nach unten. und dann auch dein Gesicht war von deinem Stirn an. Ohne auf die Suche zu gehen nach einer bestimmten Empfindung. die Augenbrauen war. Auch wenn du nichts spürst an einem Punkt, dann das war. Die Augenlider waren und hat deinen Wangen Deine Nase Deine Nase Deine Nase Deine Nase der Bereich zwischen Nase und Oberlippe. Wir gerne kurz dein Atem ein bisschen spüren. Dann fahr gedanklich langsam den Kiefer ab über die Lippen. Bis du am Kinn angelangt bist. Nimm deinen Hals wahr. Vorne, hinten, links und rechts. Fahre deine beiden Schultern ab. Nimm deine Oberarme warm. Jetzt langsam in Richtung Ellenbogen. nur an den Ellenbogen unter Arme entlang. Handgelenke Handflächen Fingerabend bis zu den Fingerspitzen. Und dann fangen wir die Vorderseite deines Oberkörpers starte wieder im Hals. Versuche nichts Bestimmtes wahrzunehmen, sondern einfach nur zu beobachten. Ganz egal, welche Empfindungen vielleicht auch keine Empfindungen sich da für dich ergibt und wahrgenommen werden kann. In den Brustraum die einzelnen Rückenbögen ein Bauchraum Bauchnabel und Bauchnabel bis du beim Schambein angelangt bist. Nimm wahr. Nimm die Rückseite deines Oberkörpers wahr, deinen Rücken. Über die Schulterblätter vielleicht bist du angelehnt, vielleicht kannst du da was wahrnehmen. nach hinten die Rückenbögen bist du irgendwann langsam am unteren Rücken angekommen bist. Einer der schwierigsten Bereiche wahrzunehmen. dann nimm dein Gesäß wahr und fest aufsitzt. Haff hier gleich bewusst deine Beine ab. Dann eröff die Gegend an die Oberschenkel wahr. Mache sie bewusst nach unten ab. Die Binnenseite, die Rückseite, die Vorderseite. zu langsam bei den Knien bist. Die Waden schienbeine waren sie nach unten ab in Richtung Knöchel. von dort zu deinen Füßen. Wenn du an den Zehen angekommen bist, an den Zehenspitzen, fahr so bewusst, wie es dir möglich ist, von dort wieder bis nach oben und den gesamten Körper wahr. So feingliedrig, wie es dir in diesem Moment wirklich ist. in deinem gesamten Körper wahr. Verweine hier einen kurzen Moment. vertief die Atemzüge ein wenig. Die Hände vor dir zusammen erzeugt ein wenig Wärme, indem du die Handflächen aneinander reibst. Lass die Augen geschlossen legt an die warmen Handflächen auf die geschlossenen Augen. Öffne die Augen in die Hände und die Hände nach unten. Danke dir selbst dafür, dass du dir ein bisschen Zeit geschenkt hast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Mitmachen. Mitmachen.